Hallo, hier ist euer Weihnachtsmann, der ist wieder am Wechselrand. So, Adventskalender, tja, unser Adventskalender geht dies Jahr wieder los. Ich freue mich tierisch drauf los. Darum warten wir nicht lang und schnacken nicht lang, sondern öffnen das erste Türchen im Brandnews und öffnen mit Türchen Nummer 1, was sehr leicht aufgeht, oder auch nicht, Tür Nummer 1, Türchen Nummer 1, wunderbar, wir freuen uns drauf und sehen mal was drin ist. Nach jeder Menge Stroh befindet sich hier ein wunderbares Päckchen hier. Und zwar haben wir hier Glück aus Sommerblüten, flüssiger Honig und ich mag mich behüten. Das freut mich sehr, das ist Tag 1. Tja, wir sind gespannt, was finden wir in Tag 2. Tag 2.